herzlich willkommen leute zu einem neuen rejekt auf meinem kanal best of my 2018 das bis dato letzte best of was es gegeben hat ich hatte ewig gebraucht herauszufinden warum es kein best of april gab beziehungsweise habe ewig gebraucht herauszufinden dass es kein best of april gab und ja jetzt sind wir bei best of my 2018 und heute tag der aufnahme hat sich wasspiel auf twitter gemeldet dass er gern mal wieder ein best of machen würde vielleicht gibt es ein best of dezember 2019 seid gespannt ich freue mich drauf wird sicher nice und ja jetzt geht's los mit dem letzten best of auf meinem hauptkanal beziehungsweise auf meinem kanal und wundert euch nicht über die klamotten heute auf dem hauptkanal gab es ein for honor video wer es nicht gesehen hat gern mal vorbeischauen let's go hallo herzlich willkommen bei den special squad mit mir und rainbow six und dalukat und kundran das dachte ich gerade viel spaß mit der folge ja kaputze kann man immer schön durcheinander bringen indem man einfach auf seine antwort nicht reagiert weil er spricht immer alle selber oder direkt an habt ihr bock euch bespaßen zu lassen nein also das war noch die folge wird lustig das war das die aussage ja ich kann kein witz ich kenne den einen mit umberto und online den umberto witz habe ich ja damals haben wir damals erzählt und kaputze hat den einmal wiederholt und das kommt jetzt fantastisch den finde ich bis heute noch ganz schön den habe ich meiner mutter erzählt okay also da gibt es da kommt einer sind wir an der klopft an hallo ich bin's oder wie geht der was ist der gefährlichste tag für ein u-boot fahrer auf den tag der hoffen hoffen überlegen doch nicht erzählt er hat nämlich einmal richtig geil versaut das war sehr gut ich bin hier um ihre tochter zu pumpen um was der hat ihn doch versaut bei mir so war der genau so war der um was zu mir doch war zu pumpen tadaa war der lustig ja wenn kaputze den witz erzählst du ja noch mal doppelt so gut wie der eigentliche witz das gehört zu meinem zaubertrick ja beinahe ist auch ein krasser zaubertrick oh jay der außerhalb der map ist und denkt der ist safe ich muss erstmal hin du blöder weisen der traitor aber ja sicher als ob du mich da irgendwo im nicht ganz schlechter trick ich bin da oben geflogen ich konnte nix dagegen tun oh nein guck mal waffeln mich erstmal gut ist gesmoked da steht wieder die swag wahrscheinlich lol durch ich hab einfach in den smoke geschossen auf kurz ravenhall ich hab ja auch schon gefragt wo der erst herkommt das ist vom himmel gefallen ist das nicht aus half life 2 wahrscheinlich das sind alles mit ja wobei ich hatte tauchte zwar angeschossen aber wird vermutlich hallo was ist jetzt passiert ich weiß nicht hallo wen hast du erschossen ich hab keinen erschossen warum glaub ich das nicht so recht ich hab wirklich keinen erschossen ist allen belohnt kann die nicht kaputt machen warum auch immer nicht von hinten da ich kann nicht mehr lenken ich häng dran ich kann nicht lenken aber ich bin auch weg und jetzt gewinnt hotta oder was nein halt sie auf nein ich komme schon oh peng ihr nimmst du peng scheiße stellt euch vor das rennen geht 10 minuten und er spielt sich der letzten kurve ab und alle machen wie sie was ist denn da denn oh so scheiße knapp ihr seid ja viel ja er kommt jetzt gleich raus wuuh wuuh jaja einer ist mit nether gegangen einer ist gestoppt klassik Ich bin gescheuert, ey. Du bremst, Alter. Payne guckt, du musst ihn bewegen, damit Payne nicht treffen kann. Payne macht jetzt mit. Payne, du bist jetzt dran, so. Los, hebe auf, Payne. Los, Payne ist dran. Da ist irgendein Bett hier oben, oder? Hier, komm Payne, jetzt spielen wir mit. Hä? Und Maro getötet. Was ist das jetzt, ey? Was ist das jetzt? Was passiert denn hier? Was passiert denn hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! 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 Oh Julian, wer war's? Das war der Verfassung. Roll das Fass? Er ist noch nicht dran hier. Oh, fuck! Oh, fuck! Leute! Oh, fuck! Oh, ich bin verschossen! Eines hat kaputt gottet! Ich bin immer so konzentriert bei Shootern, deswegen gibt es bei mir Shooter nie mit Facecam. Oh, 250 Meter, straight. Die letzten Dingel-Clicks. Ben hat gestoppt. Okay? Okay. Juli! Nils ist, ähm... Juli! Nils ist, ähm... Das ist doch scheiße! Holy hell! Danke dann! Vielen Dank! Turbulator ist schlecht! Nils macht keinen Fehler, Alter! Ich kann euch alle abwählen! Wer... Was macht denn? Oh fuck! Donne, ich hab da einen richtigen... Der ist zurückgegangen. Ah, bin down! Ja, ich seh's! Links da! Ohhhh! 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 Warte, dann Tau-Tau! Dann Tau-Tau! Nein! Oh, jetzt bin ich doof! Ja, 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 jetzt bin ich doof! Bram sind vor meiner Nasicht! Das war ich und... What? Du bist an einem Märtyrer gestorben! Bram war doch Traitor! Bram lebt wieder! Ohhhh! 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 Was ist hier denn zweimal? Der war's bis jetzt hier nicht unten! Hey! Nein, ich war einer ohne Inhalts! Ein Freighter ist tot! He? Du mit deinen Mangas! Da löst es! Da löst es! Da löst es! Da löst es! Äh, hier unten am Klavier! Was hast du mit da durch... Feder! Hehehehe! Hehehehe! Der Scout ist ein Poldergeist! Nein! Nein! Nicht hier in dem Haus! Poldergeist! Nein! Jay schießt auf Feder! Der ist gut! Der ist gut! Hahahaha! Sau! Sau geil! Sau fisch! Hahahaha! Wie... Wie... Da fehlt leider der Kontext! Also dieses... Ringel rein in dem Raum! Und aber wie unfassbar fisch war dieser Movewitze! Hahahaha! Was so fisch! Das waren wirklich gute Dingeklicks! Ja Sucker! Was hast du vor? Natürlich brem sie! Du... Hahahaha! Tu auf! Ich hab's nicht gemacht! Ich habe es nicht gemacht! Geil! Geil! Da beißt du noch auf der Strecke! Ach du wunderbar! Ich weiß doch aus! Guck dann mach den... Oh du... Ich schaff's nicht! Hahahaha! Hahahaha! Weißt du noch... Der ist es vermeint! Nix weiß im letzten Mal! Ab jetzt hast du keine... Das war's für dich ey! Jeden den ich jetzt in den nächsten Rennen sehe! Hau ich ohne Gnade raus! Also ich werde kein Fehl des Men mit keinem mehr fahren! Vor einigen... Guck mal leid nicht mehr! Richtig Explosion! Lass sie mal auf bitte! Was denn? Ich muss auf den... Ich hab nicht! Allens in den Vorgarten! Oho leute! Hahahaha! 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 Das hättest du nicht machen sollen, dafür hab ich ihn auch gedreht. Das ist ja scheiße. Haris! Haris! Du musst den Haar drücken! Du musst über die Rampe! Du musst über den Looping ran. Wer liegt denn da? Wer liegt denn da? Der hat heute richtig Spaß. Pass raus, bei Bäumen, die möchte ich flügel. Alles easy! Aber ich muss ihn zurücksetzen wahrscheinlich. Da ist es, oder? Da ist es! Ich hab die Rampe gesagt, du wär fast nicht geschafft. Ey, das ist der beste GDA-Move aller Zeiten. Ja? Okay, pass auf. Zielgerade. Dahinten ist das Ziel, letzter Sprung. Und die Gegner kommen mit Windschatten. Alle die hinter mir sind, sind wahrscheinlich schneller. Aufgrund dessen. Und die einzige Möglichkeit war, das Auto abzulegen. Also den Gegner neben die Strecke zu setzen. Ich müsste ihn zurücksetzen wahrscheinlich. Wir hatten echt bloß zwei Runden. Und dann hätt ich mich so scheiße gemacht. Ich hab die Rampe gesagt. Und damit komm ich als erstes ins... Es ist der... Der Move war so gut. Bleib da. Bleib da. Bleib Monstertruck. Bleib Monstertruck, genau. Entschuldigung, was? Au! Leute! Tschüss, Alex, komm! Das ist ein gutes Finish gewesen. Entschuldigung! Schmeidig! Nein! Leute, nie sportet sich. Juli, es tut mir leid. Danach bin ich gegen items gebaut. GTA. Hilfe! 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 Hotta, so hilf mir doch! Hotta! Hotta, ich brauch Hilfe! Passt du mal ab, Mann! Ich bin da! Schönes Spiel, Darwin Project. Mann! Du den Duschen wieder! Hau! Okay, wir fallen nicht mehr dazu. Was? Mann! Ich bin auf einmal! Ich war in der Hütte drin. Christian, lebst du noch? Okay, Danu ist es. Ich bin dran. Ich hab Danu gerade gewone-shotted mit meiner Goal-Shot-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport. Sicher? Zwei Jahre. Ich würde sagen, das ist gelogen. Scheiße. Und nochmal! Okay, Bram, du bist safe. Ich bin der richtige Rennfahrer. Du Mahler! Spürst du den Entertainment-Faktor? Den kannst du jetzt One-Faktor... Alter, da kam gerade, da kam gerade ein riesiges... Seh, da ist es! Hilf mir, Bram! Jawoll! Die hat's so getroffen. Wer war's? Jetzt mein 360. Heute wer ist auf Platz 1? Nee, das mach ich nicht. Da hab ich Angst. Das ist aber auch knapp! Hey, der redet mich nicht. Hey, ich bin auf Platz 1! Und hab grad 720 gemeiert! Super sharp! Super sharp! Super sharp! Lass mich mal konfirmen! Ich hab geschossen und nicht getroffen, weil ich sterbe! Motto! Oh shit! Oh shit! Da konnte ich ja gar nicht reagieren. Bist du Platz 12? Ja. Ah, okay. Und... Nein! 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 Bitte lass mich den Checkpoint da kriegen! Nein! Wenn ich ganz... Nein! Ich lau drüber! Ja! Der Damage! Der Damage, den die Shotgun da noch gemacht hat! Und einen Abstand! E Fr. Oh ho 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 Dann drei Shotgun Schüsse G predominantly! Kann man sagen! Hab ich mir die! Ja, ich... Wissen nicht, ob man das schafft! Ja, es conne so. Wuuuv! Wuuu! Wiei! Lassesdunn PAire Lachen Stell den Stuhl an den Tisch! Stell den Stuhl da hin! Ich möchte dein Angebot nicht annehmen! Da hab ich schon dran. Das ist ein Brennböse. Mein Eps, wer war das? Ein Eps, wer hat dir das angetan? Mein Eps, ich brenn mich gut. Ihr habt bestimmt noch Punkte. Nein, mein Eps. Nein, mein Eps. Hutz hat es nicht geschafft, ihn auszufüßen. Nein, nein, nein. Dabei kann er es doch so gut wäre. Wow. Was soll denn das? Was kommt da, du kleiner Schlambrot? Hahaha. Er ist ja wieder im Hallen stecken geblieben. Was wolltest du sagen? Hahaha. Ja, jetzt kommt die Animation. Es ist ein Selfie. Ja, shit. Macht ihr noch ein Selfie? Ne, schade. Sie hat von mir ein Foto gemacht. Warum? Ich hab drei gekillt, was los? Hör mal dran. Ja gut, oder? Habe ich euch gesagt, es wird eine tolle Folge? Ich glaube schon. Ein Daumen hoch, Glocke. Ja, ja, die Glocke aktiv, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gern ein Like da. Und vielleicht kommt ein Best of Dezember 2019. Mal schauen, was wir in den nächsten Tagen machen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Music . . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020